Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Impf-Aufklärungs- und Impferklärungs-Video. Wenn euch dafür mal so ein catchy Begriff einfällt, für diese Videos, die das Thema Impfung besprechen, vielleicht Impfklärung oder Impfput. Naja, jedenfalls, wenn euch was einfällt, sagt es mir mal. Es geht jedenfalls darum, euch das Thema Impfungen ein bisschen näher zu bringen und vor allen Dingen hitzig diskutierte Themen mal zu beleuchten. Und in diesem Video geht es um das vielleicht heiß diskutierteste und heiß debattierteste Thema in Bezug auf Impfungen. Es geht um die möglichen Impfnebenwirkungen, Impfreaktionen, Impfschaden, Impfkomplikationen. Gibt es da einen Unterschied? Was ist der Unterschied? Und vor allen Dingen klären wir auch ganz zum Schluss die Frage, warum ist das bei dem Thema Impfungen eigentlich so heiß diskutiert? Und ich sage euch auch den logischen Hintergrund und warum es auch wichtig ist, diese Thematik so kritisch zu beleuchten. Bevor wir aber diese Begrifflichkeiten mit Impfkomplikationen, Impfschaden, Impfreaktionen besprechen und auch die Unterschiede besprechen, denn da gibt es welche und die sind ganz, ganz wichtig zu verstehen, müssen wir erstmal so einen Common Ground für uns ebnen. Wir müssen also eine gemeinsame Basis schaffen und sprechen erstmal über Medikamente ganz allgemein. Medikamente, wenn sie aus der Zulassung kommen, die durch viele, viele Studien gelaufen ist, haben Medikamente ein gewisses Wirkungsprofil. Also ein Medikament wurde erfunden, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Denn jedes, Achtung, aufgemerkt, jedes Medikament hat auch Nebenwirkungen. Jedes. Das ist dann das Nebenwirkungsprofil. Auch das ist natürlich in klinischen Studien getestet und da gibt es Unterschiede, wie häufig so welche vorkommen oder wie häufig so welche zu erwarten sind. Wenn ihr mal so einen Beipackzettel aufklappt, so einen riesen, weiß ich nicht, DIN-A3-Zettel schon fast heutzutage, dann steht da häufig vorkommen, sehr häufiges vorkommen, gelegentlich, selten, sehr selten etc. Das ist also so eine Abstufung, wie häufig Nebenwirkungen vorkommen. Und das ist auch der Common Ground, von dem ich gesprochen habe, gibt es für jedes Medikament. Ein Wirkprofil, ein Nebenwirkungsprofil. Und Impfstoffe sind nichts anderes als Medikamente. Mit einem Wirkprofil, durch Studien getestet, und durch ein Nebenwirkungsprofil in der unterschiedlichen Abstufung. Häufig, selten und so weiter. Okay? Haben wir das schon mal geklärt. Jetzt spinnen wir das nochmal ganz kurz weiter. Wenn ich Kopfschmerzen habe, habe gestern zu viel getrunken, habe ich nicht, aber gehen wir mal davon aus, ich habe zu viel getrunken, dann nehme ich jetzt eine Kopfschmerztablette ein. Ich habe Kopfschmerzen, möchte eine Kopfschmerztablette. Ich persönlich, ihr müsst euch an die eigene Nase fassen, gehe jetzt nicht dahin und gucke mir diesen riesen Beipackzettel an und lerne ihn auswendig und gucke mir die möglichen Nebenwirkungsprofile an und denke, oh mein Gott, das ist ja ganz schädlich, das nehme ich auf gar keinen Fall. Sondern ich nehme es einfach, weil ich weiß, mir geht es nicht gut. Gut, ich nehme dieses Medikament bewusst ein, um die Kopfschmerzen wegzukriegen, was es in der Regel auch tut. Das heißt, ich habe auch diese Wirkung, diese Wirkerfahrung, merke, okay, ja, es funktioniert. Meine Kopfschmerzen sind nach einer Stunde schon viel besser geworden. Und ich entscheide mich ja bewusst dafür, bin mein eigener Herr und kann das Medikament selbst einnehmen. Und das ist ein Grund, warum es bei den Impfstoffen, bei dem Nebenwirkungsprofil, so ein bisschen schwierig ist. Denn zum einen haben wir nicht diesen Effekt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Masernimpfung hinter mir habe, sage ich nicht nach zehn Jahren, wow, ja, nee, krasse Wirkung, ich habe gar keine Masern bekommen, sondern ich weiß nicht, war das jetzt Zufall, hätte ich mich gar nicht erst angesteckt, hätte ich gar nicht erst diese Masern bekommen oder habe ich es einfach so, mein Immunsystem hat das einfach so weggesteckt. Das ist dieser egoistische Gedanke. Also ich habe nicht diese Wirkerfahrung wie bei einer Kopfschmerzenabdata zum Beispiel. Und bei den Impfstoffen ist es natürlich auch so, vor allen Dingen bei den Impfungen von den Kindern, ich gebe einem gesunden Mensch, einem fertigen, gesunden Mensch ein Medikament, obwohl dieser Mensch nicht krank ist. Und das ist genau dieser Gedanke, den Impfgegner oder Impfkritiker oft haben. Okay, warum soll ich mein gesundes, junges Kind impfen, ein Medikament mit einem möglichen Nebenwirkungsprofil aussetzen, ohne auch eine richtige Wirkleistung zu sehen? Versteht ihr, was ich meine? Also das ist total der schwierige Gedanke. Diesen Gedanken hat man aber auch nur, wenn man nur bis hier vorne hinschaut. Das heißt zum Beispiel der Gedanke an Herdenimmunität, dass ich vielleicht mit dieser Impfung meines gesunden Kindes zum Beispiel gegen Masern auch anderen helfe, die sich aus diversen Gründen vielleicht nicht impfen lassen können. Und ich schütze andere Menschen dadurch, dass mein Kind jetzt keine Masern bekommen kann und andere anstecken kann, diese anderen Menschen, die Hilfe benötigen. Daran wird eben nicht gedacht, weil der Mensch ist ein bisschen egoistisch veranlagt. Das sind wir alle, das brauchen wir gar nicht leugnen. Und deswegen sage ich, wozu soll ich das denn machen? Mein Kind ist gesund. Das kann ja mal Masern ein bisschen wegstecken. Brauche ich jetzt nicht mein gesundes Kind hinter einem Nebenwirkungsprofil auszusetzen? Das mal als Backup. Und das ist diese Schwierigkeit oft in der Diskussion oder in der Diskussionsgrundlage mit Impfkritikern und Impfgegnern. Gut, jetzt kommen wir zu den Impfnebenwirkungen. Denn da wird ganz oft, und das ist dann falsch, bei jeder Reaktion auf Impfstoffe von Impfkomplikationen, Impfschäden gesprochen. Nochmal ein kleiner Nebensatz, weil es so wichtig ist. Wer leugnet, dass Impfstoffe Nebenwirkungen haben oder auch zu Impfschäden und Impfkomplikationen führen könnten, in welcher Dimension, in welcher Relation, das besprechen wir gleich. Wer das leugnet, lügt. Also jeder Arzt, Mediziner, Laie, irgendwer, wer sagt, Impfstoffe sind absolut hundertprozentig sicher, der lügt. Das kann ich auch als Schulmediziner sagen. Es gibt Nebenwirkungsprofile. Und jetzt besprechen wir, wie oft die vorkommen und wie diese aussehen. Und dazu, jetzt kommt er endlich, der Zwei-Minuten-Timer. Starte ich den Zwei-Minuten-Timer. Erstens die Impfreaktion. Die Impfreaktion kommt relativ häufig vor. Eins zu hundert. Und meist innerhalb der ersten 72 Stunden nach der Impfung. Und zeigt sich dadurch, dass an der Impfinjektionsstelle zum Beispiel eine Rötung, eine Überwärmung dieser Stelle ist. Vielleicht auch so ein bisschen Verhärtung. Du kannst sogar ein bisschen Fieber haben oder dein Kind kann ein bisschen Fieber haben. Das sollte aber innerhalb der ersten ein bis drei Tage so langsam wieder abklingen. Zweitens die Impfkrankheit. Die Impfkrankheit kann man so ein bisschen in Klammern fassen. Denn das kommt besonders bei den Lebendimpfstoffen vor. Zum Beispiel diese sogenannten Impfmasern. Man hat also bei den Lebendimpfstoffen eine abgeschwächte Form dieses Erregers. Und dadurch kann man auch eine abgeschwächte Form der Erkrankung haben. Bei den Impfmasern ist es zum Beispiel so, dass man eine Masern-typische Rötung zum Beispiel hat oder Pusteln hat. Auch wieder Fieber, Abgeschlagenheit, eine Lymphknotenschwellung. Man fühlt sich allgemein einfach schlapp. Diese Impfkrankheit ist auch nicht mehr hilflich. Jetzt kommen wir zur Impfkomplikation. Eine Impfkomplikation ist laut Definition ein über das Ausmaß der Impfreaktion und der Impfkrankheit hinausgehende körperliche gesundheitliche Beeinträchtigung. Hat eine Wahrscheinlichkeit oder eine Häufigkeit von 1 zu 1000 und geht klassischerweise einher auch mit diesen Fieber, Abgeschlagenheit etc. Und dazu kommt dann noch ein Fieberkrampf zum Beispiel. Also eine heftige Reaktion des Körpers auf das Fieber oder eine heftige Reaktion auf den Impfstoff in Form einer allergischen Reaktion. Dass man so richtig wie so einen allergischen Schock hat. Also Hitzegefühl, Übelkeit, eine Ganzkörperrötung, eine Schwellung, Atemnot, Schwindel. Sowas in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung könnte eine Impfkomplikation sein. Und Achtung, ist laut Gesetz meldepflichtig. Der Arzt muss es, wenn er das in Verdacht hat, da liegt eine Impfkomplikation vor, muss es dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Er ist dazu gesetzlich verpflichtet. Jetzt kommen wir noch zu dem sogenannten Impfschaden. Das Maximum an Nebenwirkungen eines Impfstoffes. Laut Definition ist das ein über das Ausmaß der Impfkomplikation hinausgehende gesundheitliche und auch wirtschaftliche Einschränkungen. Und geht einher mit schweren neurologischen Schäden zum Beispiel. Und ist natürlich auch absolut meldepflichtig. Da gilt genauso diese gesetzliche Meldepflicht wie zum Beispiel bei der Impfkomplikation auch. Und ihr merkt schon, das sind alles unterschiedliche Definitionen, unterschiedliche Ausprägungen, die auch ganz wichtig sind. Die Medizin braucht feste Regeln, feste Definitionen. Leider ist es so, dass heutzutage im Internet vieles über einen Kamm geschert wird. Und dann gesagt wird, okay, man hat jetzt eine Rötung, eine Schwellung da an der Injektionsstelle. Das ist ein Impfschaden. Und das ist eben nicht richtig. Da muss man absolut differenzieren. Da gibt es auch viele Impfgegner und Impfkritiker, die jetzt sagen, okay, diese Meldepflicht ist ja schön und gut, aber macht ja kein Mensch. Macht ja kein Arzt. Wozu gibt es diese Meldepflicht überhaupt? Bin ich dabei. Gibt mit Sicherheit leider Ärzte, die denken, okay, könnte eine Impfkomplikation sein. Ah, es ist mir viel zu viel Aufwand, das jetzt an das Gesundheitsamt zu melden. Die machen sich aber strafbar. Punkt aus. Wenn jemand in der Stadt jemanden den Außenspiegel abfährt oder sogar einen Fußgänger anfährt und Fahrerflucht begeht. So Leute, gibt es leider, machen sich aber strafbar. Wenn jemand am Warnhof Drogen vertickert, gibt es so Leute zwar, aber macht er sich strafbar. Versteht ihr, was ich meine? Mir persönlich wäre das erstens aus Prinzip schon zuwider, aber auch viel zu heiß, eine Impfkomplikation, wenn ich den Verdacht darauf habe, oder sogar einen Impfschaden, einfach zu vertuschen. Denn wenn das auf mich zurückfällt, bin ich meine Approbation los. Kann ich als Arzt quasi aufhören zu arbeiten. Es ist also ein super heikles, aber auch super wichtiges Thema, was immer wieder auch kontrovers diskutiert wird. Und auch unter diesem Video wird es wieder zig Kommentare geben, die ich mir am liebsten schenken würde. Aber so ist es eben. Aber man muss auch ein bisschen die Basics verstanden haben. Es gibt einfach da Unterschiede. Und keiner behauptet, jedenfalls keiner, der wirklich medizinisch was von sich hält, dass Impfkomplikationen, Impfschäden nicht vorkommen könnten. Aber man muss dieses überschaubare Maß, im Gegensatz zur Relation, wie vielen Menschen man dadurch hilft, setzen. Ob man jetzt diese 1 zu 1 Million dann in Relation setzt, wie viel ich vielleicht potenziell helfe. Das muss man im Hinterkopf haben. Und man darf eben diese Weitsicht nicht verlieren. Klar, es ist bei einer Kopfschmerztablette einfacher. Ich habe Kopfschmerzen, ich nehme die ein, Kopfschmerzen weg. Dann sind mir doch die Nehmorgenscheiß egal. Aber wenn ich natürlich mein Kind impfe, was gesund ist und ich sehe noch nicht mal eine Wirkung dadurch oder ich helfe dadurch noch nicht mal meinem Kind, sondern ich helfe irgendwelchen anderen Leuten, die ich ja gar nicht kenne, dann wird es schwierig. Dann wird der Mensch immer so ein bisschen egoistisch. Aber ihr dürft euch jetzt eure eigene Meinung bilden und seid hiermit mit dem Video ein bisschen besser informiert, als ihr es vielleicht vorher wart. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, viel Spaß. Ciao. Ciao.